Yo Leute, willkommen zurück zu einer neuen, völlig abgedrehten Folge Saints Row 3 Remastered. Wir machen jetzt hier weiter. Wir treffen jetzt hier wieder unseren guten Kumpel Pios und starten mit ihm die nächste Aktivität. Joa, jetzt geht's hier los mit nem Panzer. Krasse Sache. Gut, einfach nur Sachen zerstören ist unsere Aufgabe. Kriegen wir hin, denke ich. Dann räumen wir mal hier auf, wie war. Juhu. Jawoll, alles hochjagend. Ja, denn das läuft nämlich ja auf Zeit. Unser Ziel. Komm schon. Alles schön kaputt machen. So, jetzt zum nächsten Zielform. Das nächste wäre das Sommer. Don't be a target next time. Oh, it's the blood pumping to my loins. Oh. Sehr schön. Geschafft. Und es gibt 2000 an Bargeld. Sehr schön. Und sehr schön. Wir haben jetzt Panzer Vandalismus als Aktivität freigeschaltet. Und ich muss sagen, ich fände es noch cooler, wenn wir den Panzer so als normales Fahrzeug freischalten können. Also das fände ich absolut krass. Kann man bestimmt auch noch. So, und es geht auch direkt weiter hier mit den Piaus, würde ich sagen. Jetzt machen wir direkt die nächste Aufgabe mit dem, und zwar Professor Genki. Wir wollen mal sehen, was der jetzt vorhat. Sehr gute Piaus. Ja, was hat er jetzt als nächstes hier geplant? Und ich finde es schön, dass wir immer weiter voran kommen. Hier haben wir den Stufen aufstiegen. Ja, und bisher hatte ich auch nicht wieder so einen Absturz. Ich hoffe, dabei bleibt es auch erst mal. Hallo, Stilport, und willkommen zu Professor Genki's Super-Ephical-Reality-Climax. Time to see how the game is played. Find your way through Professor Genki's Super-Sparkle-App for fun and profit. Now, with every man, woman, and tiger shot, your prize money goes up. But look out, no one likes it when you shoot a panda. Run it on ethical. Once you've collected enough money, the door to the lab opens up, and you're free to go. But if you think it's that easy, you've never seen Genki before. Oh, and one more thing. On this show, no one gets to take a break. If you want to stay in the fight, be sure to shoot the first aid target. Good luck. It's murder time, fun time. Welcome to Professor Genki's Super-Ephical-Reality-Climax. Murder time is fun time, right, Bobby? You got it, Zach. If our contestants can survive the deadly traps, armed mascots, and those freakishly huge hunters, they can win a hefty pile of cash. This game looks deadly, because it is. But it's still probably safer than driving in Stilport. Our competitor isn't from Stilport this time, Zach. Today, we'll be watching the leader of the Saints, the world-famous Stillwater Street Gang. As many times as this former gangbanger has been shot at, blown up, run over, and generally put through hell, this competition probably seems pretty routine. Um, routine maybe, but lucrative. You are going to make Professor Genki-sized dollars driving hoes around, that's for sure. Cha-ching! This is like watching a nun. Is that? It is. We have a present. A present is in the maze. It's been a long time since Professor Genki's has seen the caliber of shooting. This is quickly becoming a performance for the record books. Spectacular performance. How do you shake that one off? It makes better. Whoa. Very impressive. It's a video. This thing is doing everything right. Das fühlt sich gar nicht gut an, wenn ich brenne. Jawohl, wir haben gewonnen. Sehr schön. Fest geschafft. Und es gibt wieder Bargeld. Ja, nur leider viel Erfahrungspunkte diesmal nicht. Aber nimm gut. Das ging ja nur sehr kurz diesmal hier. Aber hey. Wir haben sogar wieder neue Outfits. Gut, jetzt nehmen wir mal den Wagen hier wieder. Komm, einsteigen. So. Jetzt gucke ich mal nach. Auftrag. Ja, hier ist der Nächster. Das ist der erste Anfang. Ich bin überrascht, dass das Syndicate still steht, nachdem wir all diese Scheiße abgetragen haben. Ich sehe keinen Grund, um zu stoppen. Ich sage nicht, dass wir es sollten. Okay. Ich sehe dich in der broken Shillelagh. Ich bin überrascht. Ich bin überrascht. So, ich rüste mal ganz kurz lieber eine Waffe aus. Ich bin überrascht. 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 alles klar dann steigen wir wieder ein so einmal auf unser handy schauen und jetzt rufen wir mal die gute schauen die an schön dass wir wieder mal mit ihr eine aufgabe haben ja sie mag ich irgendwie mit ihr hatten wir lange nicht mehr irgendwie eine quest deswegen darauf freue ich mich sie ist einfach super ich mag ihre auch los den ganzen platz aus ich wollte dich nicht anschließen sehr gut jetzt auch in das lager hier rein mein sturmgewehr ist ausgerüstet die sind ein problem deswegen sollten wir uns auf die erst mal ein bisschen fokussieren wir müssen einen weg nach oben finden los na super wer bist du denn da ist der große mann muss weg immer schön auf den kopf gehen und ran da los jawohl die dame gehen weg macht in der so meine oder ein er auf zum büro des managers hier los ich glaube bestimmt noch mehr scharfschützen jetzt in der oberen ebene aber wenn man eigentlich immer schön in kopfhöhe feuer geht die verdammt schnellwerke gegner muss man einfach mal so sagen muss wirklich eigentlich immer noch so kopfhöhe hier zielen und dann klappt das eigentlich alles gut ja es ist ein einem geht die munition alle wenn die munition ausgeht dann sieht es blöd aus hinter uns ist die gegenwärter wieder weg machen los vor hilfe gegen ihre scharfschützengewehre sind heftig näherein muss man nachgucken habe ich neue scharfschützen munition oder sturmgewehr munition oder so ok wir haben es geschafft wir haben das ziel abgeschlossen ja und wir wussten nicht mal alle gegner weg machen das überrechte mich immer wieder ja dass wir die bereiche nicht mal komplett noch sichern müssen oder so zum schluss haben ja wir müssen nur unser ziel schaffen und dann endet sogar schon die quest das finde ich immer wieder erstaunlich haben wir noch eine quest wieder schauen die nein leider nicht schade aber mit dem pierce wieder wir haben lange genug jetzt gehen wir für loren es wird nicht einfach sein die ganze stürmer muss sich über den morgensstern seit wann haben wir Dinge den einfachen Weg gemacht wahr also was ist der plan töte alle, die wir sehen und lösen loren macht Sinn meet me at the penthouse, ich kenne Shandy Shandy, es ist Zeit just tell me where to be wir treffen uns in der penthouse ich werde diesen sonn of a bitch nicht worry, du wirst diese Zeit nicht weg du bett deinen ass, dass er nicht alles klar dann einmal zum hauptquartier der saints und Shandy ist scheinbar wieder dabei das ist schön gewiss ich weiß nicht, ich möchte einfach mehr quests mit ihr haben das ist ein bisschen groß für dich gib mir die goddamn gun, pierce ok all right, let's give that motherfucker what's coming to him you sure you want to do this Shandy? don't worry about me I need this Loren has to pay for what he did and I want to be there when he gets what he deserves don't worry girl we're not stopping with Loren we're taking out his whole fucking syndicate I think we'll need to do a little more than kill one guy to do that we didn't steal that bomb for nothing how hard do you think finding Philippe will be? come on, he's a criminal mastermind he's got to be on the top floor it's like a rule you think he's going to be that cliche? doesn't matter we're killing everyone in there you sure the crew has the right address for our delivery? oh, it's all taken care of as soon as we make sure the loading dock is clear syndicate to check that gun we're coming how long is it going to take us to get there? I was just asking save it for Loren's goons I have to admit there was a lot of fun in the city just like that just like that just like that yeah that wasn't much of a challenge they ain't fucking around here they ain't fucking around here shit they have snipers in here you think all packages are this hard to drop off here haha can you just shoot them I'm impressed I'm impressed have you ever more hauen sie ab, Fräulein so, da oben, da kommen die nächsten Staugewehr ausrüsten, los zwei Magazine haben wir aber leider nur dafür das ist natürlich etwas blöd also was Staugewehr betrifft müssen wir dringend noch eine Vergrößerung machen der Munitionsanzahl die wir da so mit uns mitnehmen können ja und erst dann muss ich den großen hinter mir weg machen wir nehmen das irgendwie hat das Kauvers gebracht okay, ich linde raus schnell, ich linde raus jawohl jawohl dass die Damen in Ruhe und jetzt bist du dran jawohl alter, das war brutal hätte ich gar nicht so viel erwartet so einen brutalen Kill aber hey, der Bereich ist gesichert so, wir machen das hier einmal scharf alles klar, wir haben 15 Minuten Zeit dann machen wir mal lieber schnell aber trotzdem, die Zeit kann auch schnell vorüber gehen oh Hilfe, Flammenwerfer, dude ich weiß, das ist gut ich weiß, das wäre easy Jesus kommt da was weg und der hin der Irrer her jawohl jawohl ich meine Seite jetzt hinüber ja, aber meine Schrotflinn Munition geht nun auch noch bald aus das gefällt mir ganz oder gar nicht dass die ganzen Waffen hier leer werden das stimmt nicht Philippe liebt seine Dinge custom-made. Und für seine Brüten, ich bin der Masterpattern, duhst du? Warum hast du immer noch geholfen, wenn sie bereits geholfen hat? Die Kopie sind falsch. Sie haben meine Brauung, aber nicht meine Gehirn. Ich kann dir helfen. Die letzte Mal, ein großartiger Junge sagte, dass er mir helfen konnte, das nicht endet gut. Was kann er denn tun? Die Wörter und schluss werden wahrscheinlich ihn lebend. Trust me, ich bin noch nicht stark genug, um zu töten Philippe zu töten. Du willst ein paar Kleine, Mann? Keine Zeit. Mann, wie ich gesagt habe, die letzte Mal ein großartiger Junge... Dieser Elevator wird uns in die Offizie bringen. Ja, wäre wirklich nicht schlecht, wenn er sich was anziehen würde. Folle mich in Philippe's Office. Geräusche, Mann, wenn du willst, kann ich dich wie ein Kürtchen oder was für dich finden. Das menschliche Körper ist nichts, was du schuldigst. Ich bin gut. Hey Mann, du hast ein Name? Mein Name ist Oli Kirloff. So, was du gemacht hast, bevor du warst ein glorified Pincushion? Ich denke, es ist besser für unsere Freundschaft. Ich kann nicht elabberen. Juste wissen, dass der enemy von deinem ist, ist dein Freund. Als ich die Syndicate oppose, hast du nichts zu tun. Works für mich. Hey, welcome to this... Lorenz's Office is this way. Dammit! Das ist ein Express Elevator to the basement. There's no way to catch him. Fuck that. Knock this thing loose. I'm gonna crush that son of a bitch. Leave it to me. I've got this one. Hurry it up, he's getting away. Open fire! I've got someone on me. The Saints are gonna own this city. Oh! I'm coming for you, Frenchy! Get off my damn ball! Los, Geronda! Ja, ich würde meinen... Der ist platt. Okay, was tun wir? Wenn wir es zerstören, dann ist der Respekt-Bonus da. Wenn wir es da lassen, das Gebäude, dann haben wir einen Bargeld-Bonus. Ich bin eigentlich für den Bargeld-Bonus, damit wir uns die Verbesserung besser holen können. We're gonna have to do something about the pink. Ja, gute Belohnung gab es jetzt hier, ja, viele Erfahrungspunkte auch noch dazu, perfekt, und der eine hier ist jetzt auch noch ein Gehelfer für uns, okay, der Oleg hier. Die wir ja gerettet haben, und was haben wir hier? 10% Bonus auf gesamtverdiente Bargeld gibt es jetzt hier für uns. Nicht schlecht. Was ist das? Was ist das? Was ist das? I see. Time for the high spot, boys. Time for the high spot. Time for the high spot. Whoever this crew is, they flow pretty damn good. They're Kilbane's thugs. Kill who? He's the syndicate Setekdog. What he did to Johnny's funeral. That's over the fucking limit. He doesn't care about rules of engagement. Yeah, no rules? I can work with that. You're not ready to fight the syndicate. Watch us. Just relax, Shawnee. All right, big man, what do you got? There are others who hate the syndicate as much as you do. I will take you to them. Can you believe this? On my husband's bridge! No, 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 no. I will not come down. I am heading back to the hill. Book an emergency session. God damn it. This is war. All right, who's first? Picking up a girl named Kenzie Kensington. The Deckers are holding her on a barge on the river. What's her deal? Oleg said she was with the FBI. The fuck you say? Don't stress. She was kicked out. So we're getting a shitty fed. Aw, don't start hating because we're getting a new girl. Are you serious? I'm not saying. I'm just saying. I'm not jealous. Who said jealous? That's all on you, girl. Oh my God. Flirt later. Why was Kenzie booted? Oleg didn't give me all the details, but he made it sound like Kenzie was about to out the Syndicate, so the Deckers set her up for a fall. Oh. I hope she's worth the hassle. Only one way to find out. We got to get on that barge. Yeah, and I have to say, I like to say, it's that we're just a bigger mission here. The whole story will bring the whole story again. And, let's go, we're going to get on that barge. I have to look at where I'm from. Ah, here. Good. All right. Waffen schnell ausrüsten, let's go. Jawohl, we have again more Munition. Okay, that was impressive. Da hinten ist noch jemand. Los. Den machen wir noch fix weg. Husch. Hau ab. Los. Hau ab. Sag dich. So. Die sind aber weniger los geworden jetzt. Gut. Weiter geht's. Komm, Schutzschild. Und weg mit dir. Zack. Sehr schön. So, bitteschön, nimm das. Jawohl. Bitteschön, du bist frei. So, what do you want with me? You don't look like feds. We heard that you know some people who hate syndicate as much as we do. Well, the De Winters are keeping Zemos at SafeWord. What? The De Winters are the twin sisters that run prostitution in Steelport. Zemos was their competition, so the sisters locked him up. And SafeWord is just a BDSM club that caters to various acts of perversion. The name comes from Ho- Ah! We got it. Mine's Teacup. I'll get her out of here. Have fun at the Gimp Show. Ja, dann geht's mal zu diesem Club. Einmal einsteigen. You and this Zemo guy makes two. Usually I get three people to help me. I think I know someone who'd help, but I gotta find him first. I'll call you when I have a location. Oh! Oh, shit! You ever been to one of these clubs? I look like I go to one of those clubs. I was just saying, you know, powerful guy, stressful job. Stop talking. That's what I thought. Shut up. Now, you didn't fight it, too. It wasn't the way anyhow. How the hell are we supposed to find this guy? Shake people down? Someone's got to know where they're keeping our boy. Hi, Kumpels. Good. We'll pick up the guests. And ask them. Daxen. Tell me where Zemo says or I'm gonna beat you stupid. Oh, yes! Oh, you gotta be kidding me. The manager's upstairs. Hey, no. Just take me. I've been bad. Yeah. Is there anyone? No. Is there anyone? No. Also, we'll see what's going on. Come on. Shit. You're the manager? I don't know anything. I'm just here for bachelor party. Ugh. Let's go. Let's go. There must be the owner. Hey, what are we doing here? Yeah. Wonderful. We'd rather go out here, I'd say. what should I say? Aus diesem Raum. That was not much of a challenge. Here's the Besitzer. Where's Zemos? If I say anything, the DeWinter sisters will cut me off. If you don't say anything, something else is getting cut off. Gut, danke für deine Hilfe. Und für deine Kooperation. Komm, ruhig, weg mit dir. Komm her und einmal schmeißen. Na, wer will als nächstes geworfen werden? Die? Ich weiß nicht warum, irgendwie gefällt mir das hier so rumzuwerfen. Oh mein Gott, das ist herrlich. Ach, die Gegner kommen uns auch noch so wieder her. Wow, ist das herrlich. Das ist so herrlich verrückt. I don't think it works that way. Sorry about making you, you know, pull us around. This is a rescue, right? This ain't some elaborate setup for a gang bang. Why you gotta put that image in my head, bro? Oh, I'll go with rescue then. I would shake your hands, but them floors were a little sticky if you know what I'm saying. I'm good. Find a moist towelette or something. What's up? I found the guy I was talking about. His name is Angel Delamuerte. He was Kilbane's tag team partner until he went crazy. Until Angel went crazy or Kilbane went crazy? I should probably look into that. The point is, Angel hates Kilbane more than you do. He should be willing to help. Where do I find him? That's the tricky part. The luchadors are attacking him at the gym right now. You should probably hurry before he gets killed. Why didn't you start with that? You have too many questions. Hurry up, you're on the clock. Okay. What? We're going to see the Angel again. Come on, Zee. We have to rescue the mount. Don't say mount. I take it. Saddle up is out too. If you didn't just bust me out, I'd be walking the other way. Und der Typ ist irgendwie herrlich. Los, schieße immer schön weiter. Auf die, die hinter uns sind. Ich sehe gerade, hier kommt immer mehr. Wir fahren auch überall welche an der Seite lang. Wir rasen mal schnell zu unserem Ziel. Ja. Ja, das macht gerade richtig viel Laune hier so lang zu rasen. Weil hier gerade auch nicht sonderlich viele Hindernisse uns entgegenkommen. Mal sehen, wann wir dann hier von der Straße runter müssen. Bisher sehe ich keine Ausfahrt oder so hier vorne. Doch hier. Alles klar. Dann ist es jetzt nicht mehr so weit. Ja, und hier vorne war ja auch sogar die Militärbasis. Vom Beginn des Spiels. Die war ja auch jetzt hier irgendwo in der Umgebung. Ich höre die Luchador so, okay. Gut, dann sind wir jetzt dran. Da ist einer. Zack. Oh. Okay. So, war das nicht geplant. Komm, immer schön draufhalten. Hey, lass uns so ein Buddy hier in Ruhe. Ja, hier, Mund auf. Und Granate dahinter los. So, Moment, andere Waffe. Komm. Ich bin nicht zu weit nach der Partie, am ich? Impressiv, Fred. Don't worry, da sind viele Leute leften zu töten. Wir gehen in und finden Angel. Du bist nicht einer von Lorenn's Brüten. Und du bist nicht einer von Killbane's Luchadores. Da kommen noch mehr Luchadores. Oder Luchadores. Los, wir hauen gleich mal hier, wenn ihr wieder mal eine ganze Horde zusammenhängt, eine Granate rein. Ja, komm, jetzt einfach. Oh, ich hab's weggerammelt. Hier oben ist ein Schützer. Der muss weg. Los. Okay, um den wegzumachen, muss ich dort hoch und dann ein Dreieck drücken. Dann komme ich hier dort hoch bei dem. Ah, hier hinten, hier ist eine Treppe. Dann hätte ich mir aber auch denken können, dass er eine Treppe ist. Komm weg mit dem schnell. Und auf nach oben. Der Minigun muss ich so schnell weg wie möglich. Komm schon. Was, jetzt springt er nach unten. Da bin ich extra hoch, um den auszuschalten und dann geht er nach unten. Wir nehmen das. Jawoll, jetzt hab ich die Minigun. Oh, Flammenwerfer, Heinis. Komm. Ja, so ist gut. Komm. Sehr schön. Geschafft. Ja, wir haben sie alle besiegt. Well, ladies and gentlemen, Philippe is dead. And we are at a crossroads. Daisy, Zemos, an Angel. The barbarians are at the gate. We need a general, not an ambassador. Calm down, Eddie. Okay. What did you call me? What would you like us to do, Kilbane? Something? Anything? Before I wonder why I keep you fuckheads around. Talk to one of these guys. They'll have things for you to do. It's our time now. Let's get this shit started. Jawoll. Okay. Jawoll. Let's go. 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 Okay. Ja, das Ding brauchen wir eigentlich nicht unbedingt. Hier hinten mal noch kurz was gucken, kann ich das was setzen? Ja, Granatwerfer lieber nehmen stattdessen. Gut. Und jetzt wollte ich mal kurz gucken, dass wir noch eine Verbesserung hier holen, definitiv. So. Gesundheit ist jetzt einmal verbessert. Dann machen wir jetzt denke ich mal noch Schaden höher. Oder dass wir auch weniger Schaden bekommen, ja. und dann wollte ich ja mal noch nehmen dass wir für das sturmgewehr mehr mitnehmen können wo ist es denn hier das war das ja der munition dafür mitnehmen ok alles klar können wir noch was holen mit unserem restlichen money hier mal kurz gucken kampf munitionsspezial reicht nicht schnelles nachladen reicht auch nicht schade aber schnelles nachladen wäre auch so eine sache die wir als nächstes definitiv noch mit in betracht ziehen sollten gut das passt dann jetzt also oder würde ich sagen machen wir jetzt hier an dieser stelle auch schon wieder schluss leute das war es jetzt hier lasst gerne einen daumen nach oben da und bis zum nächsten mal